Alles schon so gut vorbereitet. Besen, Schüttel. Fängt von hier vorne auf vorne an. Das ist ein riesiger Pulverschnee. Keine Schwächen zeigen, ja? Bitte? Keine Schwächen zeigen. Ja. 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 Hier wird jetzt überall Schnee geschöpft. Also so viel Schnee hatten wir schon die ganzen Jahre nicht mehr. Das ist ja Wahnsinn. Ja. 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 Also mir reicht es jetzt. So, was ich jetzt machen werde, erstmal rauf gehen, lecker frühstücken. Mal gucken. Auf jeden Fall reicht es mir erstmal. Ja. 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 Ja.